Okay, ich versuch's. Ich versuch's. Hier muss ich lang. Hier ist schon ein Opfer. Zykes. Zykes alter Brief. Hab ich grad, Kate, hab ich grad. Aber erstmal möchte ich mir den Brief hier angucken. Weil, ich soll mich ja inspirieren lassen. Vielleicht steht da irgendwas Spezielles drin. Äh, Diverses. SSS. Zykes. Sky, ne wie? Zykes? Zykes? Da, Zykes. Ja, alter Brief, da ist es doch. Zykes, du wertloses, nichtsnutziges Stück Scheiße. Du hast dir nicht nur mein ganzes Jet reingepfiffen, sondern auch noch Fade für lausige 100 Kronkorken verkauft, um das wieder gut zu machen? Diese verdammte Minigun war mir mehr wert als dein Leben. Du hast mich zum letzten Mal verärgert. Ich bin raus. Ich kümmere mich nicht mehr um dich. Viel Glück. Allein da draußen. Du wirst nicht mal einen Tag durchhalten, Casey. Okay. Das hat uns jetzt nicht viel geholfen, aber... Das würde ich nicht für einen ordentlichen Drink geben. Vielleicht finden wir was. Also Nuka-Cola werden wir auf jeden Fall hier finden. Das hier sieht ja hervorragend aus. Okay. Okay. Drei Stück sehe ich jetzt. Ah. Es sieht irgendwie nicht so freundlich aus. Hm. Maybe. Maybe. Maybe so? Ich weiß nicht. Ach, die könnte ich mal nachladen. Apropos. Äh. Oder vielleicht lieber dann die doch. Ach. Die kann doch ganz... Ja. Ja, ja. Ich komm schon. Oh nein. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Boah. Boah. An der Seite sind auch noch welche. Ach du Scheiße. Boah. Okay, Scheiße. Ich muss was tun. Kate ist draußen geblieben. Fuck. Wie? Keine Chance auf Treffer. Ach, ich treffe wieder nichts. Okay, Leute. Das ist ein bisschen cool. Da ist noch... Oh, hier an der Seite sind noch zwei. Okay. Boah. Haben die mir viel abgezogen schon. Okay. Gut. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay, ich war ein bisschen nervös. Ich hätte wahrscheinlich auch einfach direkt mit den Granatenwerfer reinkommen können. Äh, einmal hier. Und da noch. Okay. Da auch noch. Abgescheißelt. Ja, kein Wunder, dass die mir so viel abgezogen haben. Wie viel sieht das denn? Äh, mach mal erst den hier. Es wird gerade mit mir geredet. Okay, cool. Okay, ich treffe gar nicht. Oh, Alter. Boah, sind die stark. Habt ihr das gesehen? Wie viel die mir abziehen? Okay. Bitte, bitte, bitte. Danke, danke. Okay, kritischer Treffer. Den nehme ich mir für den anderen. Das ist, glaube ich, nur noch einer jetzt, ne? Oh, treffe ich den überhaupt von mir? Ah, 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 ah. Okay, ich stelle mich nochmal an. Ich stelle mich nochmal an. Jetzt. Boah, das hat nichts gebracht. Also nicht viel. Nicht so viel. Also weniger, als ich dachte. Noch einer? Wo? Wo? Alter? Ja, ich bin auch sauer. Komm doch rein. Sie ist sauer, weil sie draußen ausgesperrt wurde. Ja, warte doch. Ich weiß doch. Ach, da. Okay. Naja, das war nicht so ganz so leicht. Okay. Kate! Ist sie schon drin? Ist sie reingespawnt? Okay, what the fuck? Ist das echt? Ist das hier echt? Geht das so ab jetzt hier, ja? Okay, gut. Ich bin drauf eingestellt, dass es... Ich hab gedacht... Eigentlich hab ich nichts gedacht. Ich hab gedacht, geh hier mal rein. Alles gut. Oh, Kipps. Aber, ähm... Aber, ähm... Die meint's ernst anscheinend. Interessant. Äh, hier hatte ich irgendwo genau. Hier, Drinks. Hier haben wir Drinks. Übrigens. Übrigens, Drinks. So, oh, guck mal da. Ach, guck mal, das ist eine Nougat-Cola-Lunchbox. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö mit immer guten guten Loot, die Dingers. Boah, okay. Das war unangenehm ein bisschen. Ich hätte irgendwie nicht damit gerechnet, dass das so viele sind. Aber ich finde es irgendwie auch lustig. Äh, okay. Gut. Na dann. Ja, ja, ja. Ich sehe schon. Guck mal hier. Flammenwerker. So. Ist aus jetzt, ne? Oh, hier sind noch ein paar mehr. Ja, ja, als ob. Ich sehe das schon. Ist nicht so ganz so schlimm. Boah, wie viele? Wie viele denn noch? Hier ist auch noch einer. Hier sind die Waffen dafür. Wow. Okay, ich bin... Da war anscheinend noch eine. Boah, hier sind überall welche. Wie gemein. Boah, guck mal. Da geht es ja noch weiter. Auf jeden Fall kriege ich einige Federn hier. Schon ein bisschen cool. Boah. Alter, ich bin doch nicht doof und renne hier einfach durch. Guck mal, hier ist sogar Öl auf dem Boden. Wie gemein. Okay, da ist auch noch eine. Ölkanister. Ölkanister. Ja, können wir mal mitnehmen. Mal gucken, wie viel wir schleppen können. Türen entsperren. Wo geht es denn hier hin? Ach, das war die andere Seite, ne? Ich entsperre es mal trotzdem. Also, von da sind wir gekommen, glaube ich. Glaube ich. Ich glaube, wir sind von da gekommen. Äh, Meisterschloss. Okay. Wird unangenehm, oder? Äh, okay. Was? Hätte ich gar nichts machen müssen? Okay. Das wär's. Ja. Es ist schön, dass Kate das gefällt. Immerhin. Ah, okay. Wir hätten alternativ auch hier lang gekonnt. Okay, ich sehe jetzt gerade keine Falle mehr. Ich glaube, wir haben die alle entschärft. Hier soll ich lang? Der Pfeil geht nach da. Nach oben? Ich glaube, ja, ne? Ist es hier noch drin? Oh. Das werden wir eben entsperren. Knacken. Hacken. Hacken, nein. Knacken. Ach, komm. Komm schon. Das ist ein Einsteigerschloss. Ach. Ja. Ja. Ja, genau. Ja. Äh, okay. Hier geht's nicht weiter, ne? Ich will Marc luken. Ich will luken. Ich will gucken, was dahinter noch abgeht. Was ist das da? Du hast so ein Fass. Okay. Jetzt nicht so spannend. Gut, ich glaube, ich muss hier hoch. Ja, muss ich. Mach weiter. Scheiße, die Jäger. Oh mein Gott, Kate. Ich hätte dich... Feuerprobe, die stattdessen wir sowieso alle. Ich hätte dich gerade fast erschossen. Mein letzter Kampf ist schon viel zu lange her. Ja, keine Sorge. Ja, keine Sorge. Ich glaube, hier geht's gut weiter. Ich muss mir auf Fallen achten. Ah, okay. Hier ist scheiße, weil hier kann man fallen. Äh... Gehen kaputt. Äh, Kate. Ciao, Kate. Ich wollte gerade sagen, du musst da ein bisschen schneller rüber gehen. Hier sind wieder Fallen. Okay. Okay. Ja, die wird schon hier hochkommen. Äh, gut. Boah. Boah, was? Wie böse ist das denn? Ich würde es ja gerne auslösen. Um es zu sehen, wie es ist, ne? Boah. Guckt mal hier. Die Kanister. Das Öl auf dem Boden. Und... Die, ähm... Spittermin. Wie krass einfach. Boah. Okay, hier ist es radioaktiv. Ja, die hier nehme ich mir natürlich auch noch mit. Alter, Fall da. Okay. Oh Gott. Hey, die erschreckt mich immer voll. Aluminium, äh... Dingens. Man ist da. Sehr gut. Oh, hier liegt jemand. Wenn das Opfer noch lange ist, dann sterben wir vor langem Weinen. Hör mal. Ich bin nur vorsichtig, ja? Einsteigerschloss. Einsteigerschloss. Bin doch nicht doof und renne hier einfach durch. Also irgendwie würde ich das schon gerne machen, aber... Bin ich ja direkt toren, Leute. Das schaffe ich ja gar nichts. Aber... Was soll denn das? Komm. Komm. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Alter. Okay. Okay. Geht doch. Schön. Buff out. Pulsgranate, Jet und ne... Trio-Mine. Nicht gesehen. Okay. Okay. Ophelias nicht abgeschickter Brief. Okay. Den lesen wir uns auch eben durch. So. Äh... Was ist hier? Äh... Nee, falsche Richtung. Oh. Ophelia. Oh. Hä? Da. Ich gucke auf OP-Kellerschloss. Dass ich denke, hä? Wo ist denn das andere O? Aber hier ist es... Ja, manchmal... Blind und so. Oh, okay. Liebe Mama, lieber Papa. Mittlerweile dürftet ihr wohl mitbekommen haben, dass ich fort bin und nicht mehr zurückkomme. Klar, ihr habt mich mein ganzes Leben lang in diesem Bunker beschützt. Aber ich halte es einfach nicht mehr aus. Ich werde die Welt sehen. Ob ihr es nun wollt oder nicht. Ich bin unterwegs nach Diamond City, wo ich hoffentlich einen Job und einen Platz zum Wohnen finde. Glaubt ihr, ich schaffe es draußen in der Welt nicht allein? Tja, falsch gedacht. Ich bin nicht mehr das naive kleine Mädchen, das mit seinem Teddybär einschläft. Ich bin jetzt erwachsen und kann auf mich selber aufpassen. Kommt bitte nur, wenn ihr mich besuchen wollt. Ich kehre nicht mehr zurück. Ich wollte euch nur sagen, dass es mir gut geht. Ich liebe euch noch immer, Ophelia, Ophelia. Ophelia. Dir geht es nicht so gut. Das tut mir sehr leid. Ei, ei, ei. Na gut, weiter geht es. Okay, man wäre hier lang gerannt und hätte das ja auch noch in Brand gesteckt. Nee, hier ist auch noch eine Falle. Komm ich ja nicht dran. Ja. Komm mal. Okay. Hm. Kann man irgendwie wissen, welche Tür man am besten aufmacht? Vermutlich nicht, ne? Komm, ich fang einfach rechts an. Oh, okay. Gut. Alles klar? Die war es nicht. Dann die nächste. Oh. Okay, die war es auch nicht. Dann kann es ja nur die sein. Ja, immer die letzte, ne? Man kennt es. So. Was ist das denn da? Ach, das ist eine... Ach, das ist eine... Ich dachte gerade, hey, was ist das denn für ein komischer Grafikfehler? Seht ihr? Das sieht aus wie so ein Icon. Aber das ist nur die Reflexion von der Flasche. Okay. Äh, gut. Gut, gut, gut. Ich muss mich umschauen. Nicht, dass ich irgendwo einfach reinrenne. Oh, hier ist es sehr radioaktiv. Hier müssen wir schnell durch. Moment, aber Leiche looten. Leiche looten! Dies und das. Okay, solange ich im Menü bin, geht's mir ganz gut, ne? So, dies und das. Äh, da. Hab mein ganzes Jet verbraucht. Stecke in so einer scheiß Falle fest. Schreiben ist Mist. Ich werde das ganze Red X hier nehmen und in Ohnmacht fallen. Niemand ist so dumm, mich hierher zu verfolgen. Ich glaube, dieser Harvey hat mich angelogen. Okay. Ach, sind das die Leute? Boah, hat dieser Harvey die alle hier hingeschickt? Ich hätte ihn töten sollen. Das ist doch der Harvey gewesen, den wir an der Station getroffen haben. Der hieß Harvey, ne? Ich kann mir nicht so gut Namen merken. Ich kann mir vieles nicht merken. Okay, ich nehme mal, ich versuche mal vor. Offensichtlich wäre das ganz gut, das zu machen. Äh, Red X. Okay, hier ist es echt radioaktiv. Geil. Ich gehe hier aber trotzdem nicht so schnell durch. Ich möchte... Offensichtlich hat sie Red X dabei. Der guter kleines Opfer wird gleich geröstet wie ein Eichhörst in einem Stil. Okay. Na, hier scheint aber nicht viel zu passieren, außer, dass es hier einfach scheiß radioaktiv ist. Das geht aber noch, ganz ehrlich. Also... Oh, guck mal, was ist das denn? Nudelschale. Lecker. Kapps. Ja, wir nehmen uns gleich einen Red X und gut ist. Holzblöcke. Okay. Ist hier irgendwas in der Ecke? Ein Schlüssel. Rostiger Schlüssel. Hm. Okay. Mal sehen, wofür der gut ist. Na, komm schon. Voll die Escape Rooms hier. Finde ich gut. Ich mag sowas. Wart ihr schon mal in der Escape Room? Alles, was man braucht, ist eine ruhige Hand, wie? Ist ganz cool. Okay, 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 okay. Mehr ist hier anscheinend nicht. Ich verlange nicht viel. Nur eine volle Flasche und ein paar Knochen, die ich brechen kann. Okay. Gut. Hierfür bräuchten wir den Schlüssel. Okay. Man muss also den Schlüssel suchen und dann hier rauskommen. Wofür man stirbt an der Radioaktivität? So. Was für Teufel. Ich habe schon schneller den Packrahmen gesehen als die Sofa. Hallo. Ich genieße das bitte. Danke. Ich muss ja hier, muss mich ja umsehen und so. Ja, glaubt ihr, man sieht es ganz schön taglich. Doch die Feuerprobe ist noch lange nicht vorbei. Okay. Okay, es wird wahrscheinlich, jetzt wird wahrscheinlich geballert, oder? Irgendwas ist doch da unten drin. Hier ist aber auch nichts mehr, ne? Ich habe so die Befürchtung, dass wir nicht mehr zurück können. Okay. Ich nehme mal eben eine schnellere Waffe. Okay. Na. Luca World Zugangstunnel. Na gut. Dann gehen wir da mal rein. Gucken, was uns da drinne erwartet. Hm. Ach, ein Terminal. Okay. H-Klammern. Okay. Was zum Teufel. Ich habe so schnell ein Packrahmen gesehen als die Sofa. Ah, der hätte, also, dass mit dem, dass der sich so oft wiederholt, das muss, ach, das ist eine Kochstation. Buch. Ja, verlassen. Ach, sehr cool. Das ist neu. So ein, so ein Topf. Cool. Und eine Futter in der Dose, Leute. Immer noch keine Hunde, aber irgendwann. Okay, ich lese hier mal. Was stand da? Geschütz, 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 was? Geschütz, stimmt. Steuerungsterminal. Aha. Sehr gut. Können wir also vorsorgen, ja? Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. So. Gilt der hier nicht? Doch. Wollte schon sagen. Oh, der auch. Okay, cool. Äh, jetzt ist ja kaum noch was da, ne? Code? Das wär's. Turmsteuerung. Äh, aktivieren? Nee, wir aktivieren doch jetzt nichts. Nutzerbefehle sind auf die Aktivierung. Die Aktivierung der mit diesem Terminal verbundenen Geschütztürme beschränkt für alle anderen Funktionen. Wenden Sie sich bitte an einen lizenzierten Techniker. Jegliche Manipulation führt zum Erlöschen der Garantie. Das kennen wir alles schon. Das haben wir irgendwann mal in Folge 2 gelesen oder so. Äh, mhm. Systemdiagnose. Offline, offline, offline. Sie sind alle offline. Okay, Moment. Das geht nach... Das geht nach oben. Warum sollte ich... Kein Red Away nehmen? So. Warum sollte ich die aktivieren? Bringt mir das eventuell was, die zu aktivieren? Hm. Ist es schlau, die zu aktivieren? Was meint ihr? Was ist hier noch drin? Nichts, ne? Vielleicht ist es... Sollten wir die aktivieren? Guck mal, die Kabel gehen hier auch weiter. Okay, nein. Ah, okay. Der Affe löst das aus, der kleine Scheißer. Und dann gehen die los, oder was? Und dann kann ich sie theoretisch deaktivieren, zurückgehen, ne? Na du, bin ich damit, oder? So hoffe ich, dass dich ein bisschen Spaß macht. Hehehe, ich bin doch nicht doof, ey. Okay, soll ich die hochjagen? Ja, oder? Bisschen Muni verbrauchen, aber warum nicht? Kate, aus der Weg. Ey. Ah ja, was der fuck? Was der fuck? Ich glaube, ich muss mir wirklich mal hier die... Das Ding runter machen von der Waffe. Ich merke das. Dass das... Sinn macht, das zu können. So. Hättet ihr auch so gemacht, oder? Ja, hättet ihr auch so gemacht. Weiß ich doch. Weiß ich doch. Okay, den... Der ist... Der ist leer. Der noch nicht. Ich kann jetzt schon nichts mehr tragen. Hervorragend. Ich hätte doch stärker hochleveln sollen. Kate! Ey, Jungen, was gibt's? Ich muss dir Kram geben. Jetzt schon. Es geht schon los, Kate. Es geht schon los. Aber das sind alles sehr gute... Gute Sachen. Außer die Souvenir-Sachen. Die müsste ich wahrscheinlich nicht mitnehmen. So, cool. Danke. Nett von dir. So, okay. Ah, ein Schlüssel. Schlüssel zum Nuka World Lagerraum. Und noch eine Schaltplatte. Und industrieller Ölkanister. Nehmen wir auch mit. Okay, cool. Weiter geht's. Okay, hier ist irgendwas drin. Ich hab doch was gehört, oder? Irgendwelches Getier, oder? Ich entsperre erst mal, bevor es hier losgeht. Einsteiger-Schloss. Komm! Komm schon! Einsteiger-Schloss! Aha. Komm, bitte. Danke. Cool. Ja, kann kein Blut mehr nehmen. Ich muss gucken. Was ist das? Was ist hier drin? Was grunzt da so komisch? Äh! Ey! Boah, der ist richtig festgestellt. Den kann ich nicht weghauen. Fühlt gut. Naja, brauchen wir nicht. Was ist das? Knochen... Boah, das ist... Was ist das? Was ist das, was da so... Was ist das so... Welches Tier macht solche Geräusche? Ihr hört das auch, ne? Boah, ich hab gerade irgendwie Resident Evil-Feelings. Ihr auch? Ah! Okay, cool. Uah! Ihr seid ja stark! Nein! Das Problem ist, dass die Viecher immer so schnell sind. So. Uah! Okay, die haben irgendwas hochgejagt. Besser für mich. Wo denn? Kuckst du die weg? Komm, ich helf dir. Ja. Okay, das ist quasi ein Labyrinth, ja? Wie cool! Hihi! Nee! Animat... Nee, ein Animat... Animatronik-Ding! Wie cool einfach! Ich will's mir angucken! Oh Mann! Ich will's mir angucken! Ist ja geil! Oh, sowas liebe ich ja! Ist ja cool! Aha! Wer steht nicht auf eine kärzliche Explosion? Okay, hier geht's hoch. Ich möchte aber alles sehen, wenn's hier noch irgendwie sowas Cooles gibt. Will ich das sehen? Ich verlaufe mich mal mit Absicht, ja? Achso, okay. Kann ich gar nicht. Ah, hier ist schon wieder persönliche Aufzeichnung. Hier ist schon wieder was. Also, die übersehe ich ja immer. Diese Tesla-Spulen-Dinger hier. Ach da, guck mal. Naja, gut. So, erstmal kurz die Steikos mitnehmen und dann persönliche Aufzeichnung. Ich höre einen Turrent hier irgendwie hinter. Okay, persönliche Aufzeichnung. Wir lesen. P-p-p-p-p-p-p-p-runter, falsche Richtung. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. P-p-persönlich. Da. Oh, da ist ein bisschen viel. Willkommen zurück, Private Tyler. Okay. Eintrag 1. Ich habe keine Lust mehr auf die Gunner. Ich muss hier weg. Klar, am Anfang hat es Spaß gemacht und war auch spannend. Aber mittlerweile bin ich älter und will nicht mehr ständig Angst um mein Leben haben. Ich will einfach nur raus hier. Vielleicht verstecke ich mich eine Zeit lang in Good Neighbor oder versuche, nach Diamond City zu kommen. An irgendeinem Ort, an dem ich wenigstens in Ruhe schlafen kann. Irgendwie wollen die alle nur ihre Ruhe, die hier tot sind. Heute Morgen habe ich erfahren, dass der Surge gestern Nacht Davis hat töten lassen. Ich habe gehört, das wäre wegen irgendeines frechen Kommentars vorgestern gewesen, was natürlich Quatsch ist. Genau aus dem Grund muss ich hier weg. Ich darf dieses Holoband nicht aus der Hand geben. Die würden mich auf der Stelle erschießen, wenn sie herausfinden, dass ich verschwinden will. Eintrag 3 Morgen steht eine Erkundungsmission an und ich weiß, dass es ein Feuerwerk geben wird. Es sind so viele Berichte über Supermutanten reingekommen, dass wir garantiert auf welche stoßen werden. Wenn ein Kampf ausbricht, könnte das meine Chance sein, mich zu verdunisieren. Sie werden davon ausgehen, dass ich gefangen genommen wurde und es sich nicht lohnt, mich zu befreien. Eintrag 4 Ja Mann, ich bin raus. Ich habe mich in einem runtergekommenen Gebäude ganz im Westen des Commonwealth versteckt. Ich warte, bis es dunkel wird. Dann geht es weiter. Vielleicht bleibe ich sogar ein paar Tage hier, um zu sehen, was ich noch bergen kann. Ich muss nur auf jeden Fall einen Weg festlegen, der mich an den Gunnern-Gebieten vorbeiführt. Okay, Eintrag 5, ich bin gespannt. Verdammt, ein paar wilde Ghule haben mich viel weiter nach Westen getrieben, als ich es wollte. Wenigstens ist die Gefahr gering, Leute aus meiner alten Mannschaft zu treffen. Hier sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ich könnte ein paar anständige Verteidigungsanlagen errichten. Scheiße, ich habe was gehört. Ich dachte, der Ort sei verlassen. Aber es klingt, als würde jemand um Hilfe rufen. Ich glaube, ich schaue mir das mal an. Das ist 100% auch dieser Harvey. Boah, wir hätten den töten sollen. Aber gut, ich muss ja... Gut, ich hätte ihn töten können. Ich könnte ihn töten können. Und dann hätte ich hier hingekonnt. Oder? Das hätten wir schon machen können. Oh, Kitts! Du kommst aus dem Nichts. Was soll denn das? Boah, krass, dieser Harvey. Gut, wir können ja dann wahrscheinlich später... Ja, ja, ich... Später, wenn wir zurückkommen, dann können wir bestimmt noch entscheiden, ob wir ihn töten. Aaaaaaah! Okay, I. I, voll radioaktiv! So. Kein Strom mehr für dich! Okay. Zeit für etwas gefahren! Mal sehen, ob sie überlebt, was als nächstes kommt! Hm. Oh, der saß. Cool. Das wäre der, den wir hinter der Tür gehört haben. Ja, das entsperre ich natürlich. Vielleicht hilft uns das. Verbessertes Schloss. Okay. Das ging schnell. Wie schön. Wie schön. Na gut. Ich bin ganz froh, dass ich mit Kate hier bin. Das ist irgendwie... Ein cooles DLC für Kate. Findet er nicht? Ach, guck mal eine an. Lass mich doch nicht verarschen! Ach so, okay. Mhm. Was? Was war das? Ach so, das ist das... Der Geschützturm. So. Schön auf alles achten hier. Schön auf den Boden gucken. Nicht irgendwie... Einfach wild hier durchrennen. Wobei, das würden wir auch überleben, wenn wir einfach rennen. Das würde auch gehen. Aber warum nicht Erfahrungspunkte sammeln und... Wenn das Opfer noch lange braucht, sterft wir vor langer Beine. Oh. Okay. Also wenn die jetzt alle gleich loslaufen, dann wird das nicht so ganz so einfach. Vielleicht nehme ich mal das. Damit könnte ich das schnell regeln. Boah, guck mal, hier ist auch Öl. Wie gemein. Was ist denn, wenn ich hier lang gehe? Welcher Weg macht denn mehr Sinn? Ach, hier sind überall Minen auf dem Boden. Boden! Dann lasse ich die da drüben mal. Erstmal. Weil wenn die jetzt loslaufen, dann lösen die die vielleicht aus. Musik. Okay, also... Hab ich schon Bock, die alle zu entschärfen, ehrlich gesagt? Okay, okay. Na gut. Na gut. Die hier oben habe ich nicht gesehen. Ah, was ist denn? Uäh, Auto! Herrgott, wie er volltet ihr wehen. Mach schneller auf mal! Nein! So, äh, Befehl. Anstacheln. So, wie war das jetzt? Befehl. Aber die sind so langsam, sagtet ihr, ne? Ja, da muss ich den ja wohin schicken. Selbstzerstörung aktivieren. Anstacheln. Kämpft der jetzt gegen mich? Nein, ne? Cool. Wenn ich die Hecke, kämpfen die nie gegen mich, ne? Ne. Ich gebe denen jetzt keinen Befehl. Ich lasse den halt hier rumlaufen. Gut ist. Da ist nichts drin. Hier ist nichts über drauf. Ja, das war so klar, dass die hier um die Ecke ist. Okay, jetzt sehe ich gerade nichts mehr. Ih, das ist aber eklig. Okay. Äh, wenn man schleicht, ne? Dann kommt man da gut drüber, ne? Ja, was soll das denn für... Wie soll ich denn da rüberkommen? Wie soll ich denn jetzt da rüberkommen? Habe ich jetzt schon verkackt? Hier sind auf jeden Fall Mirrelots drin. Wow, aua, aua, aua. Was ist das denn hier? Irgendein Fehler wahrscheinlich. Ja, mach, schieß, schieß das mal ab da. Mach mal fertig. Ihr macht das schon. Cool von euch. Cool von euch. Ich krieg das aber hin, ja? Ich treff den halt sogar nicht. Wo ist denn sein Gesicht? Sein Gesicht! In deinem Gesicht! Könnt ihr mal... Ihr müsst zur Seite gehen, bitte. Okay. Okay, scheiße, ja, also ich... Das hätte wahrscheinlich eh nicht funktioniert. Ich hätte eh hier runtergekommen müssen. Cool. Nein, das ist doch ein Pfanne, ja. Es war mir klar, ich hätte noch mal reinschießen sollen. Aber immerhin helfen die ein bisschen von oben. Das hat mir selbst sehr wehgetan. Aber gut, ist nicht so schlimm. Oh, Auto. Das ist schon ganz cool hier. Macht schon Spaß. Okay. Ist Kate hier gerade runtergesprungen oder was? So, wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich muss außen rum gehen. Anders geht's ja nicht. Bitte? Bitte, 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 bitte. Ihr macht das schon. Ich darf nicht zu schnell jetzt gehen. Hier wäre ich durchgekommen. Nerd, nerd. Dass der mich die ganze Zeit so trigger hat mit seinem Langeweile-Ding. So, weiter geht's. Okay. Das war so klar. Kate geht doch weg. Die stellt sich auch voll da rein, Alter. Okay, das hätte ich sehen können hier an der Tür. Mal eben kurz warten. Macht Spaß. Ich finde es ganz cool. Oh, tut mir leid, Kate. Dir nicht so, ne? Das hat wehgetan. Ich weiß. Ich lasse den jetzt hier. Ich nehme nur das mit. Autsch. Weiter geht's. Oh, 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 oh. Habt ihr gesehen? Wie cool. Da glaubt wohl jemand schlau zu sein. Ja, bin ich auch. Zeit für die harte Realität. Mal sehen, ob unser Opfer das Gas ausschaltet. Bevor es sie ausschaltet. Was ausschaltet? Das Gas? Ups. Äh, scheiße. Boah, ich seh nichts. Wo muss ich hin? Hier raus? Ja. Okay, scheiße. Warte, erst mal, erst mal Viechers. Oh. Wie dumm von mir. Okay, über ihn ist das Gas jetzt weg. Ach, okay, es kommt wieder. Äh, hier? Es passiert ja Gott sei Dank nicht so viel. Ich krieg dich da nicht rein, okay. Ist der hier reingespawnt? Achso, hier auch? Okay. Ach, alles gut. Ist noch nicht vorbei, okay. Äh, wo ist denn noch so ein Ventil? Da. Schlüssel. Ach, okay. Ich muss einfach nur raus. Nee. Okay, jetzt bin ich gerade zu doof. Shit. Äh, hier ist eine Tür. Okay, ich dachte, es passiert irgendwas. Die Gasventile bringen nichts. Ach, hier. Ja, lass... Komm mal auf. Mach du das mal platt. Genau. Du jagst hier anscheinend nichts hoch. Mit Gas. Oh, Gott. Hallo. Hallo. Mach die mal platt, Junge. Hier. Ey, es ist ganz cool, dass der hier drin ist. Irgendwie. Aber mir passiert nicht so viel mit dem Gas. Irgendwie immer so relativ entspannt. Ich weiß, es ist langweilig, aber ich bin echt entspannt gerade. Okay, cool. Hier muss ich es also ausstellen. Ja, gut. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich kann ja nicht immer so schlau sein, ne? So. Äh, das ist einer. Das wäre jetzt krass gewesen, wäre ich gestorben. Boah, das wäre so ärgerlich gewesen. Gott sei Dank ist aber nichts passiert. Ist alles gut gegangen. Das wäre echt gemein gewesen. Ich sehe gerade keine Klammer mehr. Okay. Dann probieren wir es mal. Zwei Treffer. Äh, ah. Und E. Eintreffer. Hm. Hm. Ah. Maybe das? Na also. Sehr gut. Turbinenstatus prüfen. Überprüfen. Wurde nicht... Warnung. Turbineneinheit wurde nicht gefunden. Wenden Sie sich bitte umgehend an die Wartungsabteilung, um eine Abschaltung der Servicestation zu verhindern. Okay. Äh, Generatorstatus überprüfen. Alle Generatoren sind derzeit auch abgeschaltet. Kondensatorstatus überprüfen. Wasserstand unterhalb des Sicherheitsminimums. Temperaturkontrolle wurde nicht gefunden. Wenn Sie sich bitte umgehend an die Wartungsabteilung. An alle Mitarbeiter. An alle Mitarbeiter der Servicestation. Es wurde uns mitgeteilt, dass einige Mitarbeiter der Nachtschicht... Einige der Mitarbeiter der Nachtschicht den Park nach Betriebsschluss zu Vergnügungszwecken betreten haben. Dies ist streng verboten und wird zu einer fristlosen Kündigung führen. Falls es noch einmal geschieht... Personen, die den Park nach Betriebsschluss zum Arbeiten betreten, müssen die erforderlichen Unterlagen einreichen, so wie vollständig, bekleidet und nüchtern sein. Die Firmenleitung. Okay, Sicherheits... Türsteuerung. Türen öffnen. Cool. Okay, ich muss also... Ich kann es nicht abschalten, sondern ich muss einfach die Türen öffnen. Machen wir dies doch. Äh, ja, wie soll ich denn schnell machen, wenn der Amy hier im Weg steht? Und jetzt stellt Kate mir auch noch im Weg. Nein, Leute, ich muss euch umbringen, wenn ihr... Komm, komm bitte, bitte, danke. Cool. Okay, weiter geht's. So. Okay, bin ich durch? Nuka World Wartungshäuschen. Wartungshäuschen? Süß. Bönderten... Was? Jetzt konnte ich nicht lesen. Scheiße. Die Ladezeiten sind zu kurz. Ich kann nicht mal lesen. Ganz genau, Hopper. Atme die frische Luft ein, solange du noch kannst. Äh, was sind das denn? Kleine leuchtende Ameise. Oh, voll ins Bein getroschen. Schiff sie! Äh, dü-dü-dü-düm. Ach, das ist ein ganzer Schwarm, den ich dann treffe. Nee, hä? Das ist ja interessant. Äh, wie schieße ich die denn am besten ab? Entschuldigung. Ja, weiß ich das? Nee, ich möchte das nicht... Ey, läuft der uns die ganze Zeit nach jetzt? Ist ja süß. Irgendwie habe ich... Ich schütze und diene. Galaktronbewacher. Ich mag dich. Du bist süß. Du hilfst uns. Das finde ich irgendwie cool. Okay, das ist ja jetzt hier noch nicht so spannend. Oh, guck mal. Wie groß das ist. Cool. Okay. Silberschale. Ich schütze und diene. Das ist super cool von dir, dass du das machst. Wer ist da? Okay, sind wir durch? Okay, hier sind Gegner. Offensichtlich. Ach, da oben. Fuck. Okay, äh, ich geh mal. Ich beeile mich. Nein, hier sind fallen. Shit. Hier sind immer fallen. Ah. Okay, warte. Trennen wir von hier. Wo seid ihr? Ja, nee. Was? Treffe ich die oder treffe ich die nicht? Ja, es spielt was mit uns. Okay, cool. Ah, ich treffe... Oh, ich treffe die schon. Okay. Müdelräuber. Hä? Oh. Oh, warte. Warten Sie. Ich muss, äh, warte. Ich muss richtig zielen. Ich muss echt das Ding wegnehmen. Okay, ich gehe hier einfach. Ich beeile mich mal ein bisschen. Ich sehe gerade nicht, wo was ist. Ich sollte mal... Das ist ja cool mit den Bären, dass man sich erschreckt. Veteran. Alter. Wo bist du? Hörb ich die so? Hier ins Holoband. Okay. Ich nehme das mal mit. Hier ins Holoband. Müssen wir uns nur merken. Shit. Komm ich... Ah, scheiße. Ich komme hier nicht vorbei. Wo bin ich denn? Komm ich hier hoch jetzt? Kann ich die... Nee, kann ich noch nicht. Warte. Ich will die erst abknallen. Wie süß er ist. Okay, Ians Holoband. Wartet, ich lese das eben. Bevor ich hier durchgehe. So. Diverses. Äh, Ian. 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 Äh, da. Hat mich wieder erwischt für die Feuerprobe. Das System stinkt doch. Tut mir leid, Ian. Du hast wieder den Kürzeren gezogen. Ian, setz die Fallen im Irrgarten zurück. Ian, schaff die Leichen weg. Ian, reparier die Türme. Was auch immer, Mann. Dieses Mal habe ich mir Schnaps und Camps von Maddox gekrallt. Wird er nicht vermissen. Und ich lass mir schön Zeit. Okay. Hast dir ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Oh. Die nehme ich auf jeden Fall mit. So, jetzt habt ihr mich wieder eingekesselt. Nee, okay, cool. Alles klar. Sind wir fertig, oder was? Cola Cars Arena. Okay. Rein da. Okay. Jetzt habe ich gesagt.